ein neuer reno kengu ist hier zum verkauf angeboten der weiße transporter ist viertürig bietet platz für zwei personen und hat einen großen stauraum der transporter bietet zahlreiche ausstattungsdetails wie bordcomputer, esp, airbag, traktionskontrolle, radio cd und noch vieles mehr der diesel überträgt eine leistung von 90 ps auf ein automatikgetriebe für eine besichtigung oder probefahrt steht dieser reno kengu jederzeit zur verfügung kontaktieren sie uns wir beantworten gern ihre fragen